Gefällt mir immer. Okay. Jetzt... Wo ist denn der letzte? Ach da hinten. Dann fahren wir in die Richtung. Zum Außenpasten begeben. Hoffen wir hin. Okay. Puzzle, 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 Puzzle. Cuidere den Schrammisch. Puzzle, Puzzle, Puzzle! Puzzle, Puzzle! Die Schrammisch haben sich eine Flasche. Du kennst doch, ich habe noch einen Schrammisch. Ich bin nicht der Brainiac, der sich hier schlafen hat. Nein, du bist der große Klaude, der sich über ihn schlafen hat. Ich dachte, du bist gut an fixieren. Und dann hast du dich auf dich gerettet. Du schraubst es fest. Du schraubst es fest. Du schraubst es fest. Du schraubst es fest. Wir haben alle. Oh, ich dachte schon, der steckt irgendwie so weird beim Nomad. Mit dran. Headshot. Ich bin aber besser, als ich hier per Fender 3 gespielt habe. Nice. Medizinische Vorräte. Hier ist ein Behälter. Ist hier noch irgendwo ein Behälter? Nein, das stimmt nicht. Du hast mich angelogen, Sam. Zum Außenposten gegeben. Das stimmt. Du schraubst es selbst, ich schraubst es. Hier sind wir. Barrett will das Ort. Well located, good view of the surrounding area. I can see why they want it. I have to go to the Hydra. I brought another shield down. Da kommt nochmal ein Shuttle. Da sind viele von ihnen. Ich verstehe, warum Barrett geht uns. Wow! Junge, wie viele Scharfschützen wollen die denn noch sein? Grenade! Ich bin in der Normal-Temperature-Rangebar-Finder. Liefsupport verstorben. Okay. Das flage ich nämlich auch. I detect above Normal-Temperatures. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. I don't think we'll last much longer in this. Irgendwas interessantes drin. I don't think we'll last much longer in this. I don't think we'll last much longer in this. Hey, Pathfinder. You still alive? The base is clear. Like you wanted. Excellent. We'll start preparations for the move immediately. Come by when you can. We might have some stuff hoarded around here that you could use. Bear it out. Bear it out. Meat levels increasing. The ambient temperature. Lots of guns. Equipment. Angarische Keramik. Heavy munitions, Stockvile. This could take down something big. Outpost or a colony. Think Barrett knew this was here. Sounds like it's possible he used us to get to this. Maybe his plans extend further than organize people for a better life. I don't like it. He might have plans to attack the colony. Barrett's not getting this. We'll take it for the colonization effort. It's safer in our hands. Sam, get word of the Tempest. Move this gear before Barrett finds out. Understood, Pathfinder. No, cool. Lebensfähigkeit, ob das 2. Heat levels increasing. Ok, was das? Achso. die absteige in der radien den plünderer lager rebellisch beide so sachen die müssen größer sind war dann aber erstmal nach dahinter mache ich auch noch die sämmung der wüste wir werden eigentlich durianer sie betteln sich gegenseitig es ist mir egal was sie so tun das ist das ist wie das habe ich das Das hat er einfach gerade geführt. Wo ist denn das? Ah, da. Das ist wieder easy. Hier so eine Scourge-Probe. Oder... Weiß nicht, ob er das eigentlich... Wo er sich da eine Probe rauszieht. Aber er kann es auch gar nicht benennen. Also... Oder Phänomen, I don't know. Ja. 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 Mhm. Ja. Aja. Ja. 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 Und du hast Biotics, du kannst mich auf meine Füße machen. Du bist genug gefährlich, als es ist, alter Mann. Ah, ja. Das sollte die Glyphs enden, Pathfinder. Das sollte die Glyphs enden. Wo ist denn das Vault? Ach, da drüben, da kann ich gleich hinfahren. Machen wir das Vault. Die Glyphs enden. Das ist ein Punkt, ne? Was er nicht sagt. Manchmal ist Ryder so ein Smartass, ich sag's euch nicht. Ich weiß gar nicht, was Smartass eigentlich auf Deutsch hört. Schlau Arsch. Schlauer Hintern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist die Remnant-Derelict-Mortis-Sesquiz. Wir wollen aber zuerst in einem Punkt noch, in der Stellreifung, da habe ich dann alle, I guess, ich habe dann alle. Na, jetzt zwei neue Andromeda-Punkte. Zwei neue Lebensfähigkeit. Dann bin ich ja bald fertig. Wenn ihr wieder doch das wollt, die 50 reinballern. Dann haben wir genug. Ich habe mir meine letzten Chili-Cheese-Nuggets gemacht und die habe ich mir mal so alle reingeballert. Als ich noch Warheim gespielt habe. Okay, Remnant-Vault. Let's get this place up and running. Well, you turned the power on? You'll need to locate the console to activate the purification field Pathfinder. Looks like there's a trick to this interface. Let's figure it out. Okay, ich habe einfach nur blind Konsolen benutzt. Okay, ich habe einfach nur blind Konsolen benutzt. The blind console will activate the vault Pathfinder. You'll first discover the reactor and initiate the purification field. Oh my god. Ach so. Okay, muss er bloß hier durchrennen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Okay. Oh, ja. Ich muss einmal irgendwie da vorne durch. Schwierig. Remnant. We can lay low or take them on. We can lay low or take them on. Hey! Hey! Oh, jeez. Wow, das bringt uns ein step closer. Überlassen das Missionsgebiet. Wahrscheinlich die da drüben. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Oh. Ach, ich muss die beiden ausschalten, damit das diesen... Okay. 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 Und ich glaube, ich hätte sogar interfacen können. Naja, das brauche ich jetzt nicht, reicht ja, wenn ich das dazu mache, geht ja die Tür auf. Boah, schon wieder auf etwa eine halbe Stunde. Soll ich gar nicht so wahrgenommen bis jetzt. Ich bin ja auch so slightly in irgendwelchen Gedanken verloren. Guck mich hier erstmal noch ein bisschen runter. Woah! 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 Das war's für heute. 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 Wir gehen trotzdem. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.